Wir, die Familie Bögerl, wenden uns hiermit offen an den Führer unserer Mutter Maria Bögerl. Wir flehen sie an, die für uns alle so qualvolle Situation positiv zu beenden. Bitte lassen sie uns wissen, wo sich unsere Mama befindet. Bitte geben sie uns auf irgendeinem Weg ein Zeichen. Sie können auf vielen Wegen anonym Hinweise geben. Rufen sie beim vertraulichen Telefon an. Es ist absolut vertraulich. Es wird nicht überwacht. Bitte können sie sich darauf verlassen. Oder wenden sie sich an irgendeinen Priester, der ist zum Schweigepflicht verpflichtet. Aber bitte schreiben sie eine E-Mail, werben sie einen Brief in einem Briefkasten. Geben sie uns ein Zeichen, wo unsere Mutter ist. Wir flehen sie an. Bitte tun sie es. Bitte helfen sie uns. Helfen sie uns den Kindern. Ich appelliere an ihre Menschlichkeit und unsere tiefe Verzweiflung. Bitte helfen sie. Lassen sie uns die Mama, lassen sie uns die Mutter freikommen. Bitte, bitte, bitte.